Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Observer. So, hier sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ich bin aus dem Spiel immer noch nicht schlau geworden, ob ich dieses komische Monster bin. Ähm, ob ich das nicht bin. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, ob ich das nicht bin. Ich bin vor. Ich bin hier weg. Ich bin hier. Ich bin hier. Was über den Lockdown? Das Virus? Das Virus wird mir nicht so gut. Hier, wir sind auf dem Weg. Es ist nur ein paar Zeit. Unique place to hide I need a host A unique specimen Attached from the web The lockdown was just an excuse to get me Why lie What else could I do? They had you so looped in your repressed memories I had to break you out somehow Now that you're finally free We can beat this thing A host? I guess that's supposed to be me Yes The observer's mind is I sighted Detached from the grid It's the only place where I can hide Fortress that the virus won't be able to penetrate Let's say I let you in Then what? Oh, it's amazing Our minds will merge Merge? Yeah It might sound weird, but our minds kind of hook up We plug into each other Sorry, you lost me We are losing it Your sanity's hanging by a thread, Dad But I can help you regain control of your senses We can help each other I can't trust you anymore I can't trust you anymore I can't trust you anymore You lied Leave it your way It's still our team Save us both You want me to die and go on with this freak or dream of existence Either way Since tonight I'm growing weaker by the second Soon Let's go I can't think ... Ja, los, wir lassen den rein. Ist immerhin noch unser Sohn. Sie haben es gut gemacht. Sie haben es gut gemacht. Sie sind in der Erste, um die Träger zu erreichen. Sie sind in der Erste, um die Welt zu werden. Aber es ist noch etwas zu tun. Apartment 104. Es geht schnell. No. 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 Was the f... He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Okay. Why? Why did you kill him? I have a new choice. Can we be killed? The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. Maybe he realized he had succeeded. He created this... The splicer was breathing down my neck. You send him. Appreciate it. And his memory is supposed to go after you. But the drugs, the paranoia is over. After that... What? You have full on affairs. The mind is not a toy. I like. What? I'm tired. Let's get this offer, please. Very well. If you think you're ready to make your choice. If you think you're ready to make your choice. Do you want your son to die? My son is gone. I'm not sure anymore who or what you are. But you will pay for what you did. That's... That's... Disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But... Since you failed to see reason... I'm afraid I'm gonna have to... Insist. And what? Breaking to my brain? What the fuck, dude? So... So what's the name of his son? I regret it must end this way. You see without a willing host, I need to force you out. And now? And now? I regret it. I regret it. There you are. Bad drone. Bad drone. Bad drone. Hmm. Someone... Did a number... On you. Did you to walk them there off? I'm just like a putz robot. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. All things... Is gonna... Fix you up. A group of students on the spot? Police just about the common sense of a plant. Treatment. Pre- développer. Covers. Got you! What's coming? Oh, jetzt bin ich der! Alter, das Spiel! Oh, jetzt bin ich. Der Lockdown hat jetzt geschlossen. Vielen Dank für Ihre Cooperation. Hier bist du. Die Situation ist, Herr Patron. Das ist die Polizei. Sie sind jetzt beide tot, oder was? Sie reden? Warte. Checking. Ich verstehe das nicht. Aber das war's mit Observer. Wir haben das Spiel durch. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich habe schon die nächsten Spiele in petto, die ich aufnehmen werde. Dann bis zum nächsten Let's Play. Bis dann, bleibt entspannt. Genieß den Tag. Und... Wobei... Moment. Passiert noch irgendwas. Manchmal ist da ja immer noch was. Nein. Also bis dann, bleibt entspannt. Genießt den Tag. Und Bye Bye. guy. Euerbeatenfurt des Fernsehämez. G drills. Ich hab dich empfehlen. Ich hab dieten Flüssig-Rette. Wir halten die Flüssige-Retteen. Damit lässt nicht Cars weg. Die Flüssige To JA bist du. Du bist offen. König fair. Lohn-K propFireete ihn für tier St. Wirgehen vor听 Ihnen.